Ah, alleschön. Wunderbar, schlüssel. Stimmt, wenn man auch später mal jem kommen möchte oder so. Oah, oah, oah. Du Ducke. Aul, durchgekommen oder wat? Ihr seid worden, so ne. Ich hasse das Viecher. So. Ah. Mhm, mhm. Nehmen wir das gleiche. Obwohl die 5 Programme anscheinend. Hallo, holen wir auf diese! Mh, mh. Mh, da. Naja. Naja, aber den läuft auf jeden Fall. Naja. Ja, gut. Äh, sehr schön. Auch nicht schlecht. Wir sind wenig überrascht, wenn ich ehrlich bin. Verknicht. Ich hoffe, wenn ich irgendwie das jetzt zum gleichen Weg finde. Ob ich jetzt dahin her gehe oder da oben, ja. Das würde nämlich, denke ich, jetzt einfach mal so nichts großartig verändern. Was ist das? Ja. 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 Vorher, du hast, was dir eigentlich etwas überlebt. Das wird folgen, wie wir also sterben. Ja. 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 Dieale nicht. Ja. Darfalls. Scheiße. Scheiße. Alter, ich steu euch hier auch nicht. Ich bin erst drauf. Ich hab... An. Die Streppen. So, weiße Ratte hier. Komm mal ja, weiße Ratte. So, weiße Ratte. Oh, ich mag keine Ratte, also wie weiße. Piep, piep, piep. Das werden wir uns am wenigstens anbreiten, ja? Zeh. Die Opferknechte. Was klotzt du so, Blöde? Fällt grad was rein? Eigentlich könnte ich ja auch... Ich hab die Ratten hier schreien lassen. Jetzt kann ich mich verlaufen. So, die Opferknechte frei. Das waren die also auch so. Oh Mist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, nicht so? Das war's. Oh, Schwurke! Bin ich? Bin ja ein kleiner Schwurke! Das war hart an, aber sie waren ja vom Weg, die Opfer. Scheiße, nein! Pertorbruchsbrötchen, die schon teuer sind. Egal. Ist mir egal. Ja. So, wenn man wenigstens abbrechen kann. Ja, ich kann nur hier einfach öffnen. So. Du musst doch nichts haben, oder? Schüpf! So, Schüpf! Was ist das denn? Wir sehen nicht aus. Jetzt kommen wir wieder raus, gehen zu der alten Frau und dann ist gut. Und dann kriegen wir noch was schönes neues und dann machen wir's mit den Ratten und dann holen wir uns die Knochen-Dingens. Genau, und dann holen wir uns die Herole später. Genau. Läuft doch hier. Läuft doch schon wieder. So. Ich schwör's euch, ich bin daran gewöhnt, dass es einfach so weiter geht. Also, nach dem Laden, dass man nicht warten muss, sondern dass es einfach weiter geht. Ah. Verdammt, ey. Was ist der alte denn? Das geht nie wieder raus. Nie, nie, nie. Tür zu, Oma, Kind. Tür zu, eh. Sie hat die Kekse nicht auf die rechte Seite des Tabletts gelegt. Da haben wir sie gefeuert. Tja. Cool. Ich sagte ihm, zieh es ab. Zieh es ab, damit es atmen kann. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich hab dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Ähm. Hoppala. Ich hab grad sieben Hals hab ich. Geil. Äh. Ja. Nein, warte mal. Nein, das war... Das gibt's nicht noch. Guck... Ja, gut. Es kann ich bei mehreren Wachen auch so was machen. Ja gut. Das ist ja schon mal etwas. Vorher nicht. Nicht mehr so doof, ey. Meine Fris. Dann krieg ich mir sogar schon selber auf den Sack, ey. Oh man, jetzt hab ich die da schon noch fehl. Ja gut, jetzt brauchen wir halt noch drei Stück mal eben. Dann natürlich mal eben ein Problem für uns. Was denn hier? Doch, okay. Jetzt versteh ich tatsächlich. Jetzt wirst du mal den anderen Scheiß ausprobieren und probier den mal aus. Das nicht, äh, jetzt wirst du mal... Nee, heute mal. Jetzt wirst du mal raus hier. Entschuldigung. Ja. Oh, wie the... Ich... Hm. 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 Wie, gefällt mir das sogar? Ich muss jetzt mal ganz offen zugehen. Komm ich denn da hoch? Oh, die überleben weiter, ne? Cool. Nicht schlecht. So. Nein, ich bin auf Gericht im Balkon gekloppt. So. Nö, fangen wir nicht. Warum auch? Hey, ja. Hier ist ein Haus rein. So, hier ist mir jetzt schon wieder das Nein.